Musik Unser robustes Anzeigen- und Bediengerät ist für rauhe Umgebungen und verschiedenste Einsatzgebiete entwickelt worden. Das Bediengerät kann auch im ungeschützten Außenbereich betrieben werden und erfüllt höchste Standards im IP-Schutz. Das Bediengerät kommuniziert über KEN. Zusätzlich verfügt es über ein monochromes Display, welches sich auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesen lässt. Zuletzt verfügt unser Anzeigen- und Bediengerät über einen direkt verschalteten Nothalt zum Stoppen gefahrbringender Bewegungen. Die Tastatur und auch die Menüführung des Displays können entsprechend der Kundenanforderungen konfiguriert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017